Polizeiberichte Berlin 21. Juli 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Festnahme im Lokal Nummer 1256 Polizisten des Abschnitts 44 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Lokaleinbrecher in Tempelhof fest. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 2.30 Uhr eine Person, die sich am Seiteneingang der Kneipe in der Bölkestraße zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Wenig später eintreffenden Einsatzkräfte des örtlichen Polizeiabschnitts trafen in den Räumlichkeiten auf den Tatverdächtigen, der ihnen mit einem Möbeltresor entgegenkam und nahmen den 39-Jährigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten verschiedene Werkzeuge und beschlagnahmten diese. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 4, Süd, übergeben, welche die weiteren Ermittlungen übernahm. Bericht, Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung Nummer 1257 Gestern Nachmittag kam es in Konrads Höhe zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen soll ein Einsatzwagen der Polizei Berlin ohne Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten gegen 14.35 Uhr den Falkenplatz in Richtung Falkenhorststraße befahren haben, als ein 17-jähriger Radfahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Es kam zur Kollision. Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 56-jähriger Polizeibeamter zog sich ebenfalls Verletzungen zu und trat vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1, Nord, übernommen. Bericht, Kind bei Verkehrsunfall verletzt Nummer 1258 Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll die 56-jährige Fahrerin einer Kombilimusine gegen 18.30 Uhr die Quedlenburger Straße in Fahrtrichtung Zerbster Straße befahren haben, als unmittelbar hinter der dortigen Bushaltestelle ein 7-jähriges Mädchen die Fahrbahn betrat. Das Kind wurde durch den Außenspiegel des Wagens getroffen und prallte auf dem Bordstein auf. Es erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie einen Unterarmbruch und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Quedlenburger Straße war zwischen Louis-Lewin-Straße und Schönburger Straße bis etwa 21.45 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht Mutter mit Baby vermisst, Polizei bittet um Mithilfe Nummer 1259 Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Mutter mit ihrem 9 Monate alten Baby. Die 31-jährige Frau verließ nach ersten Informationen in den frühen Morgenstunden des 20. Juli 2023 eine Mutter-Kind-Einrichtung in Heiligensee und kehrte bisher nicht zurück. Die Mutter ist verhaltensauffällig und soll unter Wahnvorstellungen leiden. Sie ist ohne Kinderwagen, tagesnotwendige Sachen und Nahrung für das Baby unterwegs. Sie ist etwa 164 cm groß, schlank, hat schulterlange, blond gefärbtes Haar und braune Augen. Sie spricht Russisch und Englisch. Der kleine Junge hat helle, dünne Haare und kann bisher weder sprechen noch laufen. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer hat die beiden Vermissten seit dem frühen Morgen des 20. Juli 2023 gesehen und kann Angaben zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Vermissten machen? Gibt es Busfahrer, die am 20. Juli 2023 zwischen 2 Uhr und 5.45 Uhr in Höhe Erich Engerweg in Heiligensee den Zustieg einer Mutter mit Baby in ihren Bus bemerkt haben? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Kiesstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664-912-444 oder per E-Mail an lka124-hinweise-at-polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110. Bericht Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin Nummer 1260 Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin ereignete sich gestern Abend in Johannistal. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 19 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto und eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad die Michael-Brückner-Straße in Richtung Adlergestell. In Höhe einer Auffahrt zu einem Schnellrestaurant mussten der 22-Jährige und die hinter ihm befindliche Motorradfahrerin verkehrsbedingt warten. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Auto ebenfalls die Michael-Brückner-Straße in Richtung Adlergestell und habe den Fahrstreifen wechseln wollen. Hierbei kollidierte sie mit der wartenden Motorradfahrerin und schob das Motorrad auf das Auto des 22-Jährigen. Die Motorradfahrerin erlitt Verletzungen am Oberkörper und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Bei dem Autofahrer war eine ärztliche Behandlung nicht erforderlich. Die 24-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bericht Fahrradfahrer nach Sturz verstorben Nummer 1261 Gestern Abend ist ein Radfahrer nach einem Sturz von einem Fahrrad seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in Friedrichshain erlegen. Der Unfall ereignete sich bereits am 17. Juli 2023 in Kreuzberg. Laut Ermittlungen befuhr der 62-Jährige Mann gegen 12 Uhr den Fahrradstreifen der Cottbusser Straße in Richtung Cottbusserbrücke. Beim Wechsel über den Bordstein auf dem Gehweg stürzte der Mann und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo man ihn sofort notoperierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 62-Jährige auf einer Probefahrt mit dem Fahrrad. Da von einem Alleinunfall ausgegangen wird, ist das Rad dem Inhaber des Fahrradladens zurückgegeben worden. Am Fahrrad entstanden leichte Schäden am Lenker und an der vorderen Radgabel. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, Raub in Wohnung, Tatverdächtiger ermittelt Nummer 1262 Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Kriminalpolizei auf die Spur eines Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen dauern nun an. Ursprungsmeldung Nummer 0812 vom 22. Mai 2023, Raub in Wohnung und Nummer 8211, Kriminalpolizei bat um Mithilfe. Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos aus einer Überwachungskamera bat die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem jungen Mann. Der Abgebildete soll im Sommer letzten Jahres einen 28-Jährigen und eine 26-Jährige in ihrer Wohnung in Konradshöhe beraubt haben. Am Abend des 15. August 2022 klingelte der Gesuchte, als Paketbote verkleidet und ein Paket in der Hand haltend, an der Tür des Paares. Im weiteren Verlauf gelangte der Tatverdächtige mit zwei weiteren Mittätern in die Wohnung. Unter Vorhalten eines Revolvers und Einsatz von körperlicher Gewalt wurden die Wohnräume nach Beute durchsucht. Die drei Unbekannten wirkten mit Schlägen auf den 28-Jährigen sowie seine Partnerin ein und fesselten beide vor ihrer Flucht mit Kabelbindern. Das Trio erbeutete ein Smartphone. Bericht, Suche nach mutmaßlichem Wildtier, Polizei Berlin stellt Maßnahmen ein. Nummer 1263 Seit der Nacht zum Donnerstag unterstützte die Polizei Berlin die Polizei in Brandenburg und das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf bei der Suche nach einer zunächst in Brandenburg gesichteten, mutmaßlichen Wildkatze und der daraus resultierenden auch für Berlin anzunehmenden Gefahrenlage. Im Ergebnis aller durchgeführten Maßnahmen liegen nach dem derzeitigen Stand keine objektiv-konkreten Erkenntnisse vor, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um eine Löwin handelt. Aufgrund der aktuellen Bewertung der Gemeinde Kleinmachno, die auch vom zuständigen Veterinäramt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf und der Polizei in Brandenburg geteilt werden, stellt die Polizei Berlin ihre gezielten Suchmaßnahmen ein. Gleichwohl werden die Besatzungen der Streifenwagen, insbesondere in der Polizeidirektion 4, Süd, weiterhin wachsam sein und eingehenden Hinweisen nachgehen. Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages zur Gefahrenabwehr sowie in Amtshilfe für das zuständige Bezirksamt war die Polizei Berlin seit gestern früh andauernd mit durchschnittlich rund 200 Einsatzkräften an den Suchmaßnahmen beteiligt. Insbesondere Angehörige der Einsatzhunderschaften überprüften gemeldete Sichtungen des Tieres, die allesamt erfolglos waren, kontrollierten relevante Bereiche in Zehlendorf und informierten Anwohnende sowie PassantInnen und Passanten. Während des durchgehenden Polizeieinsatzes wurden auch der Polizeihubschrauber und Drohnen, die in den Nachtstunden auch mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet waren, eingesetzt. Zudem unterstützten Spürhunde die Suchmaßnahmen. Die Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt, dem Stadtjäger und der Polizei in Brandenburg. Parallel informierte die Polizei Berlin die Bevölkerung über ihren Twitter-Kanal und gab Verhaltenshinweise.